Willkommen zurück zu Borderlands 2 Nee Doch Hol mir ein Auto Warte ich werde angegriffen Von? Mongos Hey du hast Geld gesammelt Hast du gut gemacht Geld ist unnötig Wir brauchen schon Geld Wenn du kein Geld brauchst dann gebe ich dir mal hier ne Und dann kannst du ne Hey Erfahrung wofür das? K-k-kritisch Uuuuh Stirb Ich hab ne Stein beworfen Von... Mongos Mongos sind die einzigen die hier Steine werfen Sowas macht man nicht Heute nehmen wir auch ne andere Farbe Aber nichts hässliches bitte Shuriken oder Fässer Fässer Kann immer aufhören ständig mein Spiel zu speichern Uuuuh Ente du steckst jetzt ein oder ich war weg? Ok Ich... ich... Hehehehe Kann los gehen Hier liegen überall tote Leiche Weiß nicht Hehehehe 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 Es ist doch immer dasselbe Hehehehe 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 Hör auf Sonst verfall ich mich Herz Hehehehe Ich muss schon weiterfahren Das stört! Jaaa! Hab dich! Dich auch! Wohin fahren wir überhaupt? Sanctuary Schöne Autofarbe! Schreck mich gerade mal auf! Au! Das ist echtes Türkis! Richtig echtes! Ja! Wo ist der nicht da? Da! Hm? Ich mein Typ ist grad nicht gelaufen, obwohl ich weh gedrückt hab! Der hört nicht auf dich! Ich schlag ihn! Wenn ich mich richtig erinnere, müssten wir jetzt hier... Oh! Inventar! Zwei Quests haben! Die da oben auf uns warten sollten! Hm! Hm! Einem da und die andere da! Bitte! Jaaa! So ist das! Ich bin erster! Ich schies's dir ins Bein! Uh! K-k-k-kritisch! Arschloch! Wie haben dich die Banditen überhaupt geschnappt? Geh auf, Tür! Geh auf, Tür! Geh auf, Tür! Psst! Lauschen! Wow! Du bist echt ein Trottel! Ich, äh... Ja! Heh! What the fuck? Total bescheuert! War nur ein Witz! Ich freu mich dich zu sehen! Oh! Danke! Jetzt solltest du sagen, ich freu mich auch dich zu sehen! Oh! Stimmt! Ich, äh... Schön dich zu sehen! Cool! Cool! Die Tür hier unten geht immer noch nicht auf! Was ist jetzt oben? Wo bist du überhaupt? Oben! Ich komme! Bin da! Kann losgehen! Ich hab was Neues für dich! Na dann! Warte, gib mal hier die Quests ab! Hanson Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst! Er meint Hallo! Das ist seine Art Hallo zu sagen! Gut! Klar! Tut mir leid! Hi! Ich will ehrlich zu dir sein, Soldat! Wir verlieren diesen Krieg! Seit Jahren versuchen wir Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridium-Minen plündern! Aber das reicht nicht! Aber du! Du bist Jack begegnet und du hast überlebt! Du hast die Fläser aus dem Blattschutz besiegt! Ich weiß nicht! Ich glaub! Ich weiß nicht! Also unten steht noch eine! Ich weiß nicht, ob das Hauptquest ist! Ich kann ja mal gucken gehen! Lässt du mich durch, bitte? Warte! Wir haben ihn noch erwischt, den Zug! Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Kon-Neu gestohlen habe! Was ist los, dass wir falsch lagen? Was? Wenn die Opfer zu per labern, frage ich mal die Thanes hier! Ich kann mich gerne wiederholen! Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager! Sie ist lebendig! Ein uralter iridianischer Krieger! Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören! Ich weiß, wer der Endgegner ist! Kontrolliert ihn auch! Jetzt hast du schon wieder Videos geguckt! Wenn der davon redet, dass die Kammer ein riesengroßer Krieger ist, würde ich doch mal stark vermuten, dass es der Endgegner ist! Können wir mit seiner Hilfe Hyperion auswalten? Ja, dieser Plan gefällt mir! Es gibt ein Problem! Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken! Nur Jack hat ihn bereits! Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal! Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss! Uns bleibt nicht viel Zeit! Jeder Unze, die Jack von dem Zeug zu Tage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen! Wir brauchen diesen Kammerschlüssel! Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra Express! Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann! Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft! Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken! Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist! Laufen! Komm! Ich brauche was von dir! Diese Mission bietet einfach alles! Gewalt und Pizza! Pizza? Einige Mutanten-Versuchsobjekte sind aus dem Hyperion-Reservat entlecht! Ich nehme die Pizza! Mach sie! Nein! Lass die Pizza in Ruhe! Ne, ist meine Pizza! Nein! Doch! Pizza! Niemals! Wie kann man kicken? Wie kann man kicken? Pizza! 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 Ja! Pizza! Halt's Maul! Hoffentlich ist es eine Pilz-Pizza! Moxys Pizza! Eine Pizza mit Marshmallows! Loll! Die kannst du selber essen! Hast du? Du wirst sie damit herauslocken und dann töten! Ich hab' nicht zugehört! Wen sollen wir rauslocken? Äh... Irgendwelche... Splittergruppen! Ich mach' mich unsichtbar! Granate! Na! Nix Granate! Nix Erster! Nix Erster! Nein! Ich drück' auf den Knopf! Ich drück' auf den Knopf! Gedrückt! Erster! Was? Hm... Begib dich zum Versteck! Woher wissen wir, wo das Versteck ist? Das hat die uns erzählt! Hast du nicht zugehört? Woher weiß die, wo das Versteck ist? Weil die es gesehen hat! Dann ist es doch aber kein Versteck mehr! Ähm... Ich... Nein! Vueh... casi... Hahaha! Irgendwie fährst du immer hier gegen! Hahaha... Dejaveluue... tat aber gar nicht gegen... Waffe. Hey, die hatte ich mal. Oh, ein Skag. Jetzt krieg ich doch Gas. Noch ein Skag. Herausforderung. Hier, das Versteck meint. Oh, nee. Das letzte Mal ist wie hier drin, wann sind wir gestorben wie Sau. Oh. Und mein Spiel ist abgeschissen. Ich war nicht in deiner Schaukel. Wirklich nicht. Oh, der hat sich gesprengt. Ich hab's gesehen. Beziehungsweise ich seh's jetzt gerade als Blut. Oh, hier liegen ja richtig schön Stütschen rum. Oh, nicht schön. Stirb doch endlich. So, ich will wie schaden, ich mache. So, erledigt. Er ist weggeflogen. Was gut ist? Weiß ich nicht. Was ist denn, was hat denn mein vorheriges? Äh, 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 i. Ich verstehe das nicht. Doch. 28. Das Autor für Neuigkeit kann ich kapitalisieren. Um, 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 um. Doch, geh deinen dämlichen Schädel nicht weg, wenn ich hab' ihn. Iridium. Iridium. Das wollte ich haben. Ich geh da jetzt rein. Alles klar, ich komm mit. Beide dieselbe Idee. Hey, da hinkt ein Bus. Wie kommt der da hin? Guck mal. Warte. Oh, Mann. Alter, hast du das ge... Guck mal. Warte. Laden. So, warte. Guck mal. Zehn Munition. Und ich kann mir verschießen. Kieselsteine. Kieselsteine. Oh, das war grad'n ganzes Magazin. Ich möchte haben... New U-Station. Ach, guck mal, die Gegner sind hier. Hallo, Gegner. Ja, das ist doch Kinderspiel für unsere Waffen. Ich darf dich nicht umreden. So, wenn ich mir hier bin. Alter, wie laut das in dieser Kamera immer ist. Das ist immer nur hier. Irgendwie ist das vom Spiel so gewollt. So nach dem Motto Schall. Neue Quest. Du hast meinen KI-Kern herausgeschossen. Ich brauche ein neues Gehäuse. Es gibt einen kaputten Konstruktor im Blatt Schottam. Setze mich in ihn ein und ich werde dich belohnen. Aber wir müssen erst mal die andere Quest machen, Mr. KI-Mann. Und zwar wollten wir die hier machen. Also, ich schnippere lieber. Oder ist das von mir gesagt? Gib mir meine Hit-Points zurück. Sagen die gerne mal. Die stehen wenigstens dazu, dass die im Spiel sind. So, hier, da hast du. Warte, ich lasse mich mal töten. Na ja, toll. Jetzt habe ich... Töte mich. Töte mich. Töte mich. Dankeschön. Ich wollte doch gar nicht sterben. Bist du Schädel... Schädel. Da reist es eine Psyche. Töte dich mal. Ich will aber den töten. Wo ist ein Psyche? Wegen dir habe ich gerade mit dem Gefall heraufgehört. Entschuldigung. So, wir sind auf. Dann sag doch hallo. Ich habe eine neue Skin-Ampassung bekommen. Äh, ich auch? Fragezeichen? Unten im Kopf. Ich nette, wie gemein. Ich glaube, ich habe das Versteck gefunden. Wie? Äh? Warte mal. Was zum? Wie das? Ah. Blöder Typ. Lass mich mal töten. Ich kam da nicht durch. Das war irgendwie blockiert. Ich verstehe das nicht. Was machen wir hier unten jetzt? Ah, Leiterklettern. Das hier ist voll das Geheimgebiet. Oh, ein Sofa. Hab ihn. What the fuck? Ist das eine Mumie? What the fuck? Ich bin da mal weg. Zack, voll reingelaufen. Stirb. Gott, wieso sind die so schnell und so... Das sind so eine Ratten. Iiiiih! Das dauert hier, glaube ich, noch eine Weile. Ich mache lieber hier mal einen Cut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Tschüss!